Hallo, ich bin Ulrike Dahl. Wir suchen Mensch drei Tugenden mitbringen. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Freundlichkeit. Das Betriebsthema finde ich sehr angenehm bei Karls. Es sind viele nette Leute. Die Arbeitszeiten sind für mich super flexibel und passen sich sehr gut an die Uni an. Ich arbeite manchmal fünf, manchmal sechs Tage in der Woche. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Mein Psychologiestudium kann ich hier jeden Tag anwenden und immer mal schauen, wer hier reklamiert oder wem das nicht passt und immer ein bisschen schauen, wie die Leute hier drauf sind. Wir suchen Leute, die Lust haben, andere Menschen zu bedienen und deren Lächeln deren Lieblingsmimik ist. Bist du das vielleicht? Dann freuen wir uns auf eine Bewerbung. Das ist mein Handbuch. In der Anfangszeit hat es mir sehr geholfen, weil da alles drinsteht, alles über Erdbeeren, alles über die Erdbeersorten und auch die Umfüllrituale und alles Wissenswerte. Wir finden Menschen, die fünf bis sechs Tage Zeit haben, unsere Erdbeeren mit Begeisterung zu verkaufen. Unsere Erdbeersaison geht immer von Mai bis August. Wir suchen Verkäufer in Schleswig-Holstein, Brück und Vorkommern, Brandenburg, Berlin und in Weidesen. Ich teile mir den Job mit meinem Partner und wir machen das so, einer macht morgen schlecht, der andere nachmittags schlecht, am nächsten Tag ist es umgekehrt. Ich empfehle den Job auf jeden Fall weiter, weil das eine schnelle Einschulung, es ging super schnell, ich war innerhalb von drei Tagen, habe ich schon angefangen zu arbeiten. Mein Name ist Helga Wartes, ich bin 80 Jahre alt, ich habe gar keine Menschen um mich. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, das ist ja nur immer eine kurze Zeit, würde es mir viel, viel schlechter gehen. Ich mache das ja nun schon acht Jahre und ich habe Stumpcon richtig. Das ist ja eigentlich das auch, was ich brauche, dieses mit Menschen umgehen, das ist schön. Wenn man Fragen hat, kann man sich immer an den Teamleiter wenden oder auch an die Kollegen, die können einem auch häufig weiterhelfen. Das macht die ganze Sache sehr einfach und man kommt selten in schwierige Situationen, die man nicht lösen kann. Wir stellen dich gerne kurzfristig oder auch sozialversicherungspflichtig ein. Schüler, Studenten, Rentner und Hausfrauen sind bei uns alle herzlich willkommen. Das ist auch eine tolle Sache, das ist jetzt mit einer App. Ich melde mich tagtäglich mit der App an und ab und erhalte dadurch auch einen höheren Stundenlohn. App ist gut. Allgemein finde ich auch das Konzept sehr schön, Familienfreundlichkeit und allgemein die Kräglichkeit zum Kunden helfen mir sehr. Wenn du Lust hast, Erdbeeren zu verkaufen, dann melde dich noch heute bei uns. Wir freuen uns auf dich.